Alles klar, wo geht's lang? Von da bin ich gekommen. Gehen wir hier lang kurz. Ach du Scheiße. Weg mit euch, Alter. Was denkt ihr, wie ihr seid? Okay, okay. Wichtig. Notiz eines unbekannten Hoffnungslosen. Die meisten Arbeiten im Zelt bestehen darin, irgendwelche Eimer von einer Seite zur anderen zu tragen. Manchmal fühle ich, wie sich darin auch bewahrte Dinge bewegen. Igitt, Alter. Ah, das hab ich schon mal gelesen. Okay. So, kein Problem. Gar kein Problem, Mann. Nochmal kurz aussuchen, damit ich... ...die Tränke wieder habe. Ja, mal sehen. Soll ich schon Waffe... Ja, da ist immer noch am besten. Warte. So. So. Okay, dann versuchen wir mal unser Glück. Oh, shit. Okay. Okay. So. 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 Ich bin der Kahn. Nee, das geht nicht mehr. Irgendwas muss ich ändern. 3 Das war's. 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 Okay. Okay. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.